Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video, euer Bax hier und Feiersommer ist auch wieder mit dabei. Moment, das hat schon was verwechselt. Ja Leute, Feiersommer hat euch mal wieder gegrüßt, sehr gerne. Wir sagen beide natürlich herzlich willkommen zurück. Ja, das letzte Level war ja, ging echt lange, also da haben wir echt lange dran gebraucht. Und wir sind froh, dass wir jetzt endlich mal weitermachen können. Nee, Quatsch. Und ja, mal gespannt, was jetzt kommt. Ich hoffe, was länger geht, wie zwei, drei Minuten. Wir reden einfach nicht mehr über unsere Kindheit, dann vergeht die Zeit auch nicht so schnell, ne? Würde ich einfach sagen. Wir werden sogar schon gebührig empfangen, das ist ja immer toll. Da fühlt man sich richtig Fame auf jeden Fall. Eigentlich kann man das immer positiv sehen. Chica ist auch wieder bei uns. Beim neuen Level geht das alles wieder automatisch. Und ja, die Bratenpfannen. Wir hatten so viele, wir mussten leider wieder zurücklassen, das war ja nicht so schön, aber kann halt nur eine nehmen, ne? Oh nee, ich hab was vergessen. Ich muss nochmal zurück. Ich hab kein Medikit mitgenommen. Oh. Ja, ich hab mich gerade nochmal heilen. Ist dazu vielleicht dann noch eins? Oder holst du gerade zuletzt dann? Da ist noch eins. Äh, nee. Hey, das kannst du mehr. Gut. Hey, die Rochelle, ne? Die will einfach nicht. Die will einfach... ... sterben. Keine Ahnung. Naja. Eigentlich komisch für deine Charakter, ne? Bei Five-Style-Reduce willst du dich unbedingt killen. Aber hier... Weiß auch nicht. Ichchica. Nicht so motiviert. Keiner. Oh. 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 Hallö, ich lege. Hallo. Oh, Feuer gefällt. Tut mir leid. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Naja, den muss ich auch nochmal zurückmelden, ne? Ah, ja. Hier ist ein Medikit, wenn du brauchst. Jetzt müsste aber brennen, ne? Ah, super. Ich geh mal schnell... Ah, der lasst dich nicht mal in Ruhe's Klo gehen. Das ist unglaublich. Der Affe. Wirft hier nur Fässer rum. Banane. Und müssen das nachher wieder alles aufräumen. Oh. Schon beschwert sich der Parkwächter und der Bürgermeister. Wo ist denn die? Oh, da ist der Stone. Hat Chica umgekickt. Wo wieder... Brennt noch weiterhin. Das ist ein bisschen sauer. Und es ist auch tot. Komm, ich zeig dir, was Medikit ist. So. Was Medikit ist? Ja, auf dem Klo. Ich musste eh kurz, also ergibt sich das. Ah, ne, ist ein Defi. Okay. Ich hab's hier echt alles zugemacht. Kein Problem, kann ich ja auch mitnehmen. So. Defi ist gar nicht schlecht. Wobei, Donkey Kong jetzt schon hinter uns fahren. Wir haben ja auch keine Witch gesehen, ne? Vielleicht haben wir hier noch ein Stück. Ja, das ist ein paar zu viele Witches. Dann, nee. Wollen wir nicht nochmal. So. Ah ja, hier ist ja die Statur von... von St. Martins Pferd. Genau. St. Martins Pferd. Bitte. St. Martins Pferd fehlt. Leider. Ja, das ist doch wert. Ja, das schauen wir mal mit St. Martin. St. Martin rät durch, brauche ich so'n Salat. St. Martins Pferd. Da hat dich doch die Kinder gerade gekauft. Ja, ja, wo man das dumm ist gesungen und dachte noch, wir werden witzig, ne? St. Martins Pferd. Ich blieb stehen vorm getrockten Automat. Oh no, what's that? Ich bin rausgeflohen. Nein. Ja, das ist eigentlich, die Hitbox ist komisch manchmal, das stimmt schon, ja. so nach den kleinen schwierig kann sie immer auch wieder da nein böse aus direkt direkt in den himmel gekommen scheiße so schlags doch nie motorfahrt fahren aber alles noch da das war kurzzeitig raus geflogen herausgeschmissen wurden aus dem spiel das war echt unhöflich war man eigentlich gerade bevor ich rausgeflogen ach ja wie man auch dachte mir sind witzig mit dem blieb nach sein martin ja ich erinnere mich aber es hat was gehabt werden immer gelacht du hast ja ich nicht echt nicht ich weiß ich war der beste blockflöten spieler hier ist noch medikett naja wie sieht es bei dir aus gut oder ich habe einfach dass wir viel weiter mitnehmen können wo bist du überhaupt lang das ist eine gute frage das ist eine gute frage näher ist endstation hier werden wir wieder reingelassen wer ist cheddar keine ahnung also die autobahn misst nur repariert wäre sie habe ich dich nein aber walter der weg stehen aber ich hab dich jetzt oder guess evt cut oh nein what's up ah ja okay hermann ist ein depressives weine sei positiv bestimmt gestimmt ja lachen lachen lach mal lach mal hilfe lach mal ja gerade auslauf der legt bei mir der liegt bei mir der liegt bei mir ja genau ganz dahin ja ich wollte doch nur das lacht und dann ist komplett ausgetickt moment ist doch nur gut rochelle kein suizid kein suizid oh man was macht die dann immer so da müsste der defi bei mir liegen weg jetzt da hinten liegt er ja da ist noch ein paar meter geflogen lauter schock aber danke junge das ist ein guter kick so ist da hier pack ich nehme meine spritze naja bitte das wird auch nicht nötig bitte erledigt ich weiß alles ja ja kein problem ich war doch dich ich halte die stelle ja kein aber es ist leider schon aber auch so bis sie gesponnen also ich bin alles ist doch auch super so heißt dass wir da zurück als jahre war auch ausgeschmissen wurde ohne marie ich kann ich die waffe wieder nehmen ja da ist ja wieder jetzt ohne suizid und so ich denke schon der blick schießt ja dann geht ja alles gut bei dir aber da ist auch fertig da war das von ab blut wir sollten weitergehen würde ich sagen das sind noch kaum hier rein kam hier rein so wir rein hier ist die kranke war hier sind wir sicher wir zu türen zu das ist eine rohrbombe die will ich haben alles wird boomer blähungen der boomer ja ja guck dir den mal an mann alles voller kotze alarm geht wieder auf wenn man sich gleich wieder auf singelt müssen da hoch ja junge also wie abgeht wie abkona ist einholen tolle kommen sie alle pass auf wir haben es gleich aber kein hunter echt jetzt nein ach komm blöder hunter hilfe hilfe hallo 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 nein 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 wieder dieser blöde kaputzen zogen keine angst firestorm du machst das renn einfach weiter einfach weiter renne stellte alarm ab ich komme immer mehr ich bleibe hier liegen und spiel leben ich join dir gleich im jenseits nein 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 guck der coach hat der hoch geh schnell einfach dir laulack ausschaut und komm und du immer wieder geh einfach weiter ignoriere mich war das was ist okay jawohl schicker ist zur stelle ich glaube es muss ich hier hoch ja nice willkommen so eingesprungen oh da hinten brennt sie noch vollwert auf pause heute ohne schaufel ich kann nicht sagen wo das safe room ist tut mir leid aber irgendwo müssen wir hier eigentlich richtig sind wenn es irgendwo safe room sind warum nehmen die bots eigentlich keinen nahe kampf machen ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht ist der coach eigentlich nur nachladen oh da ist bestimmt schon 500 schüsse mit seiner pistole abgeht renn zum safe room wo er immer ist du schaffst es ich bin bei dir ich bin bei dir ja das ist gleich geschafft bestimmt wo alles ohne recht scheiße Jedes mal wenn wir uns beschweren, dass die Level zu kurz sind, ne? Alter, er tretet noch auf dir rum, das ist echt asozial. Das sind gute Zombies, ne? Die verprügeln dich erstmal bevor sie dich aufessen. Wie gütig. Sehr gut, Coach. Der ist nicht sterben, dann ist es vorbei. Oh, der nächste Safe Room. Und noch ein Hunter, what the fuck. Achtung, kill der Hunter lieber zuerst. Na, sehr gut. Das will ich nur ohne dich mache, Firestorm. Boah. Mach die Tür zu, mach die Tür zu, schnell. Oh Mann ey. Nice. Oh Junge. Legende. Ja. Cool ey. Du hast zweimal gestorben ey. Ich? Nein, du hast dich verzählt. Das war jetzt das Ende, wo nur Opfern, dass jeder durchrennen kann. Tränk schlechter, die Michelle hat alleine gegen den Tränk gekämpft. Ah, echt jetzt? Ah, das war, dass sie mir doch weiter rausgefloot ist. Da war ja ziemlich am Anfang. Ja. Ja. Das kann man erzählen. Super. Okay. Sehr gut. Sehr gut, Baxi. Okay. Dann machen wir hier wieder mal. Heute eine Doppelfolge? Hä? Es gab hier eine Doppelfolge. Okay. Okay. So, dann bedanken wir uns wieder recht herzlich fürs Zusehen. Nächstes Mal Doppelfolge. Nächstes Mal garantiert Doppelfolge. Nächstes Mal garantiert Doppelfolge. Ja, natürlich. Dann Leute, bis zur nächsten Folge. Doppelfolge. Ciao.